So meine lieben Freunde hier machen wir uns immer Feuer unterm Arsch hier ein bisschen. Ich steig ins Auto ein ich bin weg. Fährst du mit oder nicht? Nee, dann Feuerwehrmann bleib hier. Du musst erst mal ein paar Brände legen. Ich gehe jetzt zu B mal. und wer gesnipert die ecke sanität hat so ist natürlich scheiße mit dem feuerwehrmann wo ist denn eric und co hier die sind hier alle in dem macht die schon jetzt schon zu dritt in dem squad deswegen ist kein platz für uns so die spiel mit ger zusammen die gehören wahrscheinlich zusammen gummihuhn und rada rada tappt die da na gut wir sind ja in dem team danke und wieder direkt tot ach ja wie ist denn das ist auch ein bisschen schneller geworden das spiel wir haben einsatz Albert erobert boah was ist denn da vorne los jetzt nicht bewegen hier mhm mhm toll es geht nur fortze fortzeig 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 rikola 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 fortzeig fortzeig schwarzkräuterzug wie viel hält denn der eigentlich schon wieder aus hier sag mal rein in den panzer wieder man steigt noch mal eine sekunde aus ist man fast tot willst du mich verarschen der ist immer noch nicht tot er wurde überfahren aber ist okay na sag mal eric fährt ja die kiste hier krass den hat es aber ordentlich weg jetzt wirbels der zwiebler na endlich meine fresse ja da die drückt er natürlich noch ab seine scheiße da die wurst drückt er noch raus und ich hätte auch drinnen lassen können oh der hohrt ja mit seinem bomber da so das kannte na wir sehen wir haben hier immer so ein paar headshots mit diesen knapp langsam genau stell dich dann noch penetrant auf die mauer da oben repariert hier irgendjemand ich glaube eric würde gerne aber er kommt glaube ich nicht dazu aber wir halten die stellung noch ach ich musste da so ein kopf essen er fehlt uns oh hier links ist noch ein ja sehr gut den hat irgendjemand nein scheiße der hat auf jeden fall einen schönen multi kill ja eric ist bestimmt vorher ausgestiegen und hat es noch rein die restgeschwindigkeit hier hübschen wix an wo spawne ich denn jetzt ach du scheiße jetzt kann ich hier nur mit dir spawnen na ja das ist mir meinst sehr enttäuschend das ist auf jeden fall sehr unbefugend na dann auf zu caesar sell it ach man schon wieder tot scheiße schnell hier hinter die mauer überlebt mich doch wieder sanitäter klar hat er gemacht von hier kommen die auch schon wieder ach du scheiße ey der kommt von überall wer hat mich denn jetzt gerade gefunden ja 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 wunderbar perfekt das ist geil hier ich werfe eine granate ich werfe eine granate Vorsicht jetzt erhobert das verdammte Ziel Mann du sollst C als Befehl ausgeben ja natürlich das ist dein ernst ey tot ach ich auch zeitgleich quasi joa läuft wir haben Einsatzziel Gustav verloren geht immer noch ist ja erst der Anfang läuft trotzdem scheiße Mann wie oft zeigte denn diesen Punkt hier noch als Befehl ausgeben wie oft zeigte denn diesen Punkt hier noch als Befehl ausgeben was sollte man machen ey ja nein ja da war wohl jemand haben wir Ziel ja ne ja dann auf zu D ich werde mal gucken ob bei B bei B was geht ne naja B ist natürlich auch nicht D ja dann geht auch zu B oder dann geht es deswegen schon fast bei D dann geht jetzt zu D auch find ich auch schon gut sind wir uns ja einig naja wir laufen nebeneinander quasi wenn wir hier hin oh hier ist der Feuerwehrmann oh ne rechts rechter Turm ist der ja gut der spalt auf jeden Fall ordentlich da jetzt ist er tot hab ich naja wir haben Einsatzstil Friedrich hallo ach du scheiße das sind ey das ist guck einmal um die Ecke da wie und schon wieder dieser Nepal zockt das ist ja auch ein wir haben Einsatz ein Typ ja genau also glaubst du ja wohl gerade selber nicht Nepal zockt ja sag ich doch das ist nur ich dir not hell ich spawn nur ja nicht bei E hier hinten ey geht voll nicht anders na toll hm 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 hinter dir war einer schön dass der dich nicht gesehen hat aber auf mich geschossen hat sehr gut ja natürlich auch wenn ich niesen muss sieht der kommt der voll plötzlich und der Nieser na hm hm hast du den da bald mal im Ecke teilt meine ich ja weil rechts war noch einer ich hab mich erst auf den rechten konzentriert und dann jetzt naja der mich jetzt nämlich abknallt ey ich spiel aber auch einen piss scheiß zusammen wirklich wahr wir haben wir haben ich krieg ja hier nichts denn 7 zu 7 ey geh nur aufm Arsch man den hab ich auch noch aber er hat mich auch also ja jetzt wird er wieder ein belebt tatsächlich ja wenn du nur siehst dass sie wiederbelebt werden die nutten ne so Polonica sag ich mal naja scheiße ist das alles nur Rotze hier Rotze Ritze Rotze das brauchen wir bei Arda bei dem Vogel und die brauchst du ja weil wir uns bei dir nicht da brauche ich wieder Erik und Dings in unserem Team Moppel 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 der Moppel ne der wurde mit Doppel B geschrieben der Moppel ich weiß sag trotzdem Moppel naja mach doch wenn du dir den zum Feind machen willst oh nein werde ich hier schon wieder beschossen oder? ne das warst du garantiert oder? ja ne ne wurdest du ne ne dann wär ja hier ein Punkt mit B hör auf oh die wissen dass wir hier sind Granaten drin be careful was passiert hier? warum fliegt das Haus hier zusammen? weil die wissen wo wir sind nein jetzt bin ich hier runter gefallen achso ich kann ja hier wieder hoch laufen dafür sind die Treppen da ja ja normalerweise Butter Mensch okay der blick da wieder drauf los da oh 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 krass krass Leider spiele ich gar keinen Sunny jetzt mehr, sondern den Sturmsoldaten. Ja. Als hätte ich dir noch helfen können, vielleicht, oder so. War das natürlich mies, aber... War das ein Sniper, oder was? Ja. Oh, okay. Ne, jetzt ja noch. Der Moleste ist wenigstens von einer ordentlichen Klasse getötet noch. Ich hab den Sniper eingehoben mit der Panzerbüchse weggeholt. Weggebüchst. Weggebüchst. Mann, rein hier. Bevor er mir ausbüchst. Oh, ha, ha. Büchse ich mir lieber weg. Oh, jetzt hab ich hier den Backhorn-Visier drauf, Alter. Was denn das für ne Ficke? Ficke. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Wir haben das Ziel verloren. Hast du hoch die Reiberrolle bei? Ne, ich hab die Hellriegel drin. Seid ihr dumm alle, oder was? Ja, die sind... Der guckt... Er hat mich erst so dumm angeguckt und dann... Und dann hat er angefangen, hier hoch und runter zu wippen. Jetzt ist der Nächste dabei auf die Joten. Der Flash-Mock. Oh ne, okay, ich bin weg. Oh Gott. Krieg schon schweißige Pfoten vom Lachen hier. Oh, da hinten sind's ja alle schon. Tod, ich bin fast tot. Ja, ein Kruch. Obwohl ich ihn nicht jeden mal getroffen habe. Ich hab mich zwar visitiert, aber... Ah ja. Ist klar, den hab ich gar nicht getroffen. Oh, ich hab mal wieder einen Kill. Unglaublich. Leg die hin. Oh, hier ist ein Dingenskirchungs-Mensch. Wo? Im Linkenverkehr. Aha. Ja, den bombig eigentlich gerade nieder. Ich weiß nicht, warum der das... Leg die doch mal hin, du Bastard. Ach scheiße, du Hure. Naja. Das ist hier wirklich... Ernst, große Darmtennis. Ich bräuchte mal Muni, ey. Naja. Naja. Naja, dann nehm ich mal nen Versorger. Warte mal. Jetzt kann ich grad nicht bei dir spawnen. Jetzt bist du gleich tot. Nee, nee. Das hab ich jetzt schon nochmal überlebt. Nee, nee, nee. Ich komme hier. Da ist deine Paket. Deine Paket. Da ist dein Paket, ne? Ich komm einen schönen Stapel-Draht hier auf den ersten Mal. Oh, krass. Hast du das gesehen, Alter? Ich hab's nur gehört. Voll überschnell hier gegen den Fahnen was gebrettert, frontal. John, grad zu. Geil, du brennst. Mir ist überhaupt nicht passiert, warum ich quasi da auch drinstehe. Wie geil ist, dass ich mich hier hinten nochmal entzündet habe, obwohl die da vorne liegt. Oh, irgendwas. Oh, ich hab tatsächlich mal wieder einen getötet. Ah, ich meine, Konzentration ist aber auch auf einen Nullpunkt hier heute. Mann, mach. Nein! Nuttenbären. Ach, Mann. Wie kam denn die... Ist die Granate um die Ecke geflogen? Wie hat er das denn gemacht? Ah, Wiederbelebung. Yeah. Yeah, bitches! Kann ich nicht. Bin, äh, Versorger. Ja. Ich meine, hier spielen ja auch noch, äh, neben uns spielen 30 andere mit. Ja, ja, gut, aber... Das ist ja... Warum verlieren wir DAF? Ich komm grad von DAF. Ist mir egal, wir müssen jetzt erstmal B einnehmen. B einnehmen. Ich nehm ja auch nichts mehr ein. Ich hab mit dem Erdblock gebullelt. Ja. Wir haben Einsatzziel, David. Was ist denn, ein Erdloch? Wär eigentlich auch mal geil. So ein Spaten und dann kann man sich so ein Erdloch buddeln. Wow. Mit der Realzeit. Ja. Klar, ja. Erstmal gemütlich. Ich kann jetzt hier nicht. Hier laufen Gegner lang. Hier läuft kein einziger Gegner lang. Na klar, da hinten ist ein Sniper gewesen. Irgendwo bei A. Und hier bei B. Bei A? Ja, bei A, ja. Jetzt nicht in der unmittelbaren Nähe hier. Aber bei A. Aber hier war auch... Wo sind sie denn hier? Ah, da war schon mal keiner drin. Ah, da ist er aber gerade vorgekrochen. Scheiße. Ich hab meine Panzerlüchse nicht mehr. Ich geh mal rein. Gib mir mal Rückendeckung. Ah, da kommt da, die Hure. Na klar, jetzt muss ich nachladen. Ich hab 100 Schuss mit dem Ding. Ach, Mann. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Bin ich denn noch gut? Ich hab die noch. Nüscht ist gut. Ich bin schon wieder draufgegangen hier. Naja. Nimm mit. Wir haben Einsatzziel dabei. Muss man mit dem Sni. Muss ja mit dem mal weiterkommen. Sacker, die Position hier ist gut. Hier hinten. Kicken nämlich immer in den Häusern nach, die Idioten. Ich geh jetzt aber trotzdem mal rein. Ja. Lockste mal raus, genau. Ich hab erstmal ne Gasgranate da hinten hin. Na, da hab ich auf jeden Fall ihn getroffen. Also da ist irgendwo einer. Komm mit. Und tot. Ja. Natürlich. Ich hab aber auch ein Talent immer in die Gegner. Also da so zu gucken, dass ich die nicht sehe. Geil, dass da genau ein Sniper ist. Genau in dem Moment, wo ich ihn auch sehe, bin ich fast getötet worden von ihm. Kommen wir hier. Heilung. Oh Gott, hier steht dein Panzer, Alter. Wiederbelebung. Beleb mich noch wieder, bevor du drauf gehst. Naja, ich geh gleich drauf. Ich renn weg. Ich renn jetzt einfach nur noch weg hier. Ja, hat er mich natürlich noch verfolgt, die Hure. Mann, der stirbt nicht mal durch die scheiß Gasgranate da. Ah, doch. Wenigstens eh nass durch die Granaten neusturmen. Nein. Natürlich wiederbelebt, ist klar. Natürlich. Na gut. Oh, Panzerbüchsen, Hurenvieh. Mann. Oh, Panzerbüchsen, Hurenvieh. Oh, hier kommen sie alle, Alter. Was ist das denn? Naja. Zumindest spielen wir noch. Ach du Scheiße, hier kommt ja der Panzer. Oh Gott. Na klar, ey. Ey. Wieso krieg ich den nicht wieder mitnehmen. Ach, fick dich doch. Das ist ein feindlicher Speer. Man, wie er da schon wieder um die Ecke guckt, ey. Loopt. Ah, der Sniper hier. Geh weg. Weg. Wo hat der sich denn jetzt verpässt? Natürlich. Am Rand der Karte werde ich dann noch von einem Jagdflugzeug in die Luft gesprengt. Fotzen hier alle, ey. Viecher, Sir. Geh durch. Oh, der, wir, die sehen ihn einfach nicht, nur weil hier Nebel ist, oder was? Was ist das denn sonst euer Ernst, hier verdammt, verdammt. Du weg, hier, du Schwanz. Schwanz. Du Schwanz. Oh, 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 oh. Man, er bewegt sich immer so, dass ich dich nicht treffen kann. Scheiße, ey. Ah, da kommt ein Bomber. Ach Gott. Hö, bitte. Was ist, bitte? Ich bin schon getroffen. Bitte, bitte, bitte. Und weggesnipert. Ach ja, herrlich. meine Lieblingskarte hier am Rande des Reichs. Eine deiner Scheiße. Nee, Mann. Ich muss immer die Heizung runterdrehen. Bisschen frische Luft. Das könnte vielleicht helfen. Ist dir zu warm im Stübchen? Ja, ich schwitze. Ich werde jetzt auch mal die Decke ablegen. Ich schwitze, ist geil. Bewege deinen fetten Arsch hier hoch. Mann, weg. Weg. Gehen wir nur weg. So, ich bin jetzt bei dir hier. Wir haben Einsatzziel, Gustav, verlobt. Oh, ja. Oh, ist nie wieder los, ey. Jut, da sieht die Ecke in der Nähe. Oh, ey. Oh, ja, frische Luft. Das tut gut. Oh, ich glaube, das werden den exekutieren. So, ja, der Regel ist. Wir müssen dieses Ziel um jeden Preis halten. Gehen wir jetzt zu E oder was machen wir jetzt? Nein, ich wollte Richtung F mal gehen. Gut. Ich bin schon bei E. Okay, gleich. Gut. Ja, feindlicher Spieler, genau. Deswegen werde ich auch nicht da oben lang gehen. Das waren die Mörder, okay. Hoch hier. Geil. Einfach nur geil. Ja, hier haben wir. Das ist auf jeden Fall geil. Das stimmt. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt das. Kommt wohl auch nicht die Ecke nach hohen Sprung. Doch, wo bist du denn, Alter? Ach, nö, komm. Ich bin echt bei dir. Dann sagst du ja gleich wieder Action. Action. Action, Jackson. Die hat er auch nicht gesehen, ne? Die sind immer mal ein Schubblindchen. Erobert das Ziel dort. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Wir haben das Einsatzziel Werther erobert. Mann, bin ich behindert. Ach, nö, ey. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Feind getroffen, 99. Einen Lebenspunkt hat er noch. Das ist doch nicht normal. Oh, mir ist aber auch ein bisschen warm jetzt hier, du. Das ist echt krass. Oh. Meine Fresser, ey. Oh, ich nehme hier noch mal ein Flugzeug. Zeug. Ich muss gucken, dass ich hier noch ein paar Punkte hole, ey. Kommt zu mir ins Flugzeug. Ich bin jetzt bei A. Kriegst du auf jeden Fall Punkte. Naja, dann sterbe ich wieder, weil du mich dann drin sitzen lässt und dann wirst du wieder abgeknallt. Ne, die haben irgendwas verändert. Irgendwas haben die verändert an dem Aiming schon wieder. Das ist übelst krass. Nein. Kam kein Patch seit dem letzten Mal. Ne, ich weiß, dann haben die irgendwas verändert ohne Patch. Nein. Kann nicht sein. Also der, 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 den Typen, das ist, das ist, du brauchst ja auch keine Sheets. Also hinlegen ist ja hier wie ein Sheet. Du brauchst dich ja nur auf den Boden werfen anscheinend. Dann kann man den nicht mehr treffen. So, jetzt lecken mich alle im Arsch hier. Ich fahre jetzt weg. Wir haben Einsatzziele, Cäsar. Hallo. Erobert das Ziel dort. Ey, schon wieder mit dem Scheiß-Flugzeug. Ich bin aber auch ein Scheiß-Vogel, ey. Na, jedenfalls wohnen wir die Wunder. Komm, ich will da nochmal spawnen hier, verdammte Axt. Ja, genau. Ausgestiegen instant tot. Was. Geil. Aha. Völlig übertrieben. Der Typ kriegt die Panzerbüchse direkt ins Gesicht. Also, das ist... Ne. Krass. Ah. Na, fünf Küls habe ich dann vielleicht so. Ja, und tot. Geil. Du lebst ja noch. Ja, aber... Scheiß. Puh. Ach, da ist dann Rylon 9. Das ist auch mit meinem Spot. Ah, ja. Boah, das ist der mit dem Dings hier schon wieder. Also, ich töte hier überhaupt nichts. Ich sehe auch keinen. Das ist so krass, was das für eine Runde hier wieder ist, ey. Neck mich da, ja. Hm. Na, ein Glück ist das Elend hier gleich vorbei. Neck mich hier noch ein bisschen umher. Oh mein Gott. Hui. Hui. Ah, wenigstens gewonnen, ey. San Quentin oder Suez. Na komm, lass uns noch eine abschließende Runde. Suez. Ach, du würd mir dann erst mal reichen. Oh mein Gott. 27.600 Punkte. Hm. 26.400. 26.400. Na ja, 26.770, ey. Warte, warum. Dann meckerst du die ganze Zeit so rum und siehst voll ab. Bestes Squad. Ich bin nicht abgehangen. Ich bin überhaupt nicht. Guckt ihr meine Kühlverlustrate gleich an. Ich hab nur Glück gehabt, dass ich noch Punkte eingenommen hab hier. Das war mein Glück. Hier, 11 zu 15. Das war ja nischt. Hm. Naja, das war wirklich ja nischt. Noch sieht man nicht so schlecht. Nee. Nino, nach Nino ist wieder reingerutscht. Der ist wahrscheinlich rausgeflogen vorhin, denk ich mal. Naja, so wie ich es gesagt hatte. Naja. Wie du schon richtig vermutet hattest. So. Schissings. Dann machen wir mal bei Brei. Oh Gott.